Hallo und willkommen zu diesem kleinen Video Tutorial. Ja, heute geht es um Twitter. In diesem Video möchte ich Ihnen einfach einen kleinen Tipp geben, natürlich gratis wie immer, wie Sie sehr schnell neue Kontakte über Twitter finden, denn diese ganzen Automatisierungstools, die es bereits in der Vergangenheit gab, mit Vorrang war es bei mir, Tweet-Adder, die funktionieren ja seit einiger Zeit bekanntermaßen nicht mehr. Ja, und jetzt ist es immer die Thematik und viele fragen mich auch immer, wie kann ich denn meinen Twitter-Account relativ schnell aufbauen. Ja, und es gibt einen sehr tollen Link bei Twitter, den ich auch unter diesem Video bzw. in meinem Blogbeitrag gepostet habe. Wenn Sie den einmal am Tag anklicken, können Sie sehr schnell 10, 20, 30 oder mehr Leuten folgen und die Wahrscheinlichkeit, dass die Ihnen wieder zurückfolgen, ist auch sehr groß, denn über diesen Link wird sozusagen eine betriebsame Gemeinschaft Ihnen angeregt oder angezeigt, die eben auch von Ihren Freunden vorgeschlagen werden. Und wenn Sie eben in einem sehr einschlägigen oder sehr themenbezogenen Umfeld Ihre Twitter-Accounts haben, dann werden Ihnen natürlich auch meistens Leute vorgeschlagen, die da sehr affin sind für Ihr Thema selbst. Ja, und das ist ganz einfach. Sie klicken auf den Link, bekommen dann eine Seite angezeigt, so wie meine hier. Und Sie können dann sehr bequem einfach immer hier auf den Folgen-Button gehen, natürlich nur, wenn Sie es interessiert. Ja, hier Nokia zum Beispiel interessiert mich nicht wirklich, deswegen gehe ich natürlich wieder zurück und folge nicht. Aber wenn ich hier entsprechend ein paar Leute habe, wo ich denke, hier bloggt und betreibt, also Blog-Thema ist immer für mich interessant, dann kann ich eben hier relativ schnell diesen Leuten folgen und habe dann eben auch nicht die Problematik, dass ich hier sehr viele Leute immer von Hand suchen muss, sondern kann da wirklich morgens, abends, mittags, je nachdem, wann ich Lust dazu habe, sehr schnell den Leuten hinterher folgen und dann eben auch entsprechend mit eigenen Followern rechnen. Ja, das soll es schon gewesen sein. Kurzer Tipp am Rande. Den Link finden Sie, wie gesagt, in meinem Blogbeitrag. Viel Spaß weiterhin bei gratistipps.com. Bye, bye, Ihr Volker Schiebel.